Der EBIFARM Hebamme-Podcast Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem ersten EBIFARM Hebamme-Podcast. Begleitet werden durch den Podcast von mir, Simon Walter-Bühl, und von meinem Gast, der Hebamme Lisa Mess-Liechte. Das Thema, worüber wir reden, ist Pro und Contra von Nahrungsergänzungsmitteln während der Schwangerschaft. Als erstes ein herzliches Willkommen, Lisa Mess, hier bei uns. Merci vielmals, liebe Simon. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und über das interessante Thema mit dir sprechen darf. Lisa, du bist freipraktizierende Hebamme in München-Buchsi im Kanton Bern. Stell dich doch zum Anfang unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Ja, gerne. Ich bin Lisa Mess, seit über 30 Jahren Hebamme und seit etwa 22 Jahren freipraktizierende Hebamme. Ich bin Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Meine Tochter ist 22 Jahre alt und mein Sohn ist 20 Jahre alt. Zu unserer Familie gehören auch noch zwei Büsse und vier Rasse, die uns in unserer Freizeit sehr viel Freude schenken. Lisa, Hebamme ist ein besonderer Beruf. Ein Beruf, sehr nach am Leben. Sag, was hätte dich dazu bewogen, Hebamme zu werden? Ich habe schon mit zwölf gesagt, dass ich Hebamme werden will. Ich konnte aber nie erklären, warum genau. Ich habe einfach gewusst, das ist mein Beruf. Ich habe meine Berufswahl nie bereut und könnte mir auch heute gar nichts anderes vorstellen, das ich machen möchte. Es ist nach wie vor mein Traumberuf. Und ich empfinde es als grosse Ehre und meine Berufung für die Frauen, respektive die Eltern dürfen da sein. Eltern zu werden ist ein riesiger Schritt und auf viele Situationen und vor allem auf die emotionalen Herausforderungen kann man sich gar nicht vorbereiten. Und das ist für mich ein riesiges Geschenk. Da dürfen die jungen Eltern begleiten, beraten und stärken. Kommen wir zu unserem heutigen Thema, zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Macht es Sinn, während der Schwangerschaft Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen oder ist das völlig überflüssig? Wie ich weiss, wird das Thema Nahrungsergänzungsmittel bei den Hebammen kontrovers diskutiert. Warum? Es macht auf jeden Fall Sinn, während der Schwangerschaft Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Es kommt einfach darauf an, welche Mittel und in welcher Form. Ich erlebe es immer wieder, dass schwangere Frauen von Frauenärztinnen oder vom Frauenarzt ein Vitaminpräparat verschrieben bekommen, das sie gar nicht vertragen. So machen die meisten Präparate mit Eisenverstopfung und dann nehmen die Frauen das Magnesium, das Durchfall macht, um dieser Verstopfung entgegen zu wirken. Häufig wird das Magnesium in Granulatform verschrieben, was dann wieder zu Magenbrünnen führen kann. Das ist für die schwangeren Frauen natürlich ziemlich belastend und die ganze Verdauung ist in der Schwangerschaft sowieso schon heikel. Darum ist es auch wichtig, grundsätzlich die Ernährung mit der Frau anzuschauen. Dass man in der Schwangerschaft für zwei essen soll, stimmt so überhaupt nicht, ist aber leider immer noch in vielen Köpfen. Eine schwangere Frau braucht nur etwa ein Glas Milch und ein Äpfel mehr am Tag. Dann ist der Mehrbedarf an Kalorien schon gedeckt. Aber der Bedarf an Mikronährstoffen ist viel, viel höher. Es ist einfach wichtig, dass die schwangere Frau wirklich ausschliesslich Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, die ihr gut tun und sie gut verträgt. Unabhängig, ob man für- oder gegen Nahrungsergänzungsmittel in der Schwangerschaft ist, eins ist klar, wenn eine Frau schwanger ist, dann braucht sie von gewissen Mineralstoffen und Vitaminen deutlich mehr. Viele kennen sicher die Vollsäure, aber es gibt noch einige weitere. Kannst du uns da die Wichtigsten aufzählen und vielleicht auch gerade sagen, wie viel mehr die Frau ungefähr von denen braucht, im Vergleich dazu, wenn sie nicht schwanger wäre? Der Bedarf an Mikronährstoffen ist in Schwangerschaft um etwa 50-100%, also fast um das Doppelte höher als bei nicht-schwangeren Frauen. Auch wenn sich eine junge Frau schon vor der Schwangerschaft gesund ernährt hat, macht es Sinn, noch ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Sehr wichtig ist, dass eine Frau schon möglichst bevor sie schwanger wird, sich gesund ernährt und ihre Mikronährstoffspeicher so gut wie möglich auffüllt. Wenn die Mutter schon am Anfang von Schwangerschaft ohne Mängel starten kann, wird sich vieles in den nächsten neun Monaten viel einfacher und mit mehr Energie bewältigen. Und auch die Entwicklung des Kindes kann so optimal unterstützt werden. Auch nach der Schwangerschaft, also in Stillzeit, ist der Bedarf an Mikronährstoffen noch stark erhöht. Die Milchproduktion kann die Mutter richtiggehend auslaugen. Darum ist es sogar eher noch wichtiger als eine Schwangerschaft, dass sie sehr gut auf ihre Ernährung und auf ihre Zufuhr an Vitamine, Spurenelemente und Mikronährstoffe schaut. Sie braucht während der Stillzeit von allem enorm viel. Zum Beispiel Vollsäure sollte eine Frau schon vor der Schwangerschaft gut aufgefüllt haben. Der Richtwert ist bei mindestens 600 Mikrogramm täglich. Die beste Wirkung hat Vollsäure, wenn sie mit anderen Mikronährstoffen zusammen kombiniert wird. Bei einem Mangel an Vollsäure könnte ein grösseres Risiko für einen Neuralrohdeffekt im Kind bestellen. Diese braucht eine schwangere Frau etwa das Doppelte von dem, was jemand braucht, der nicht schwanger ist. Sie muss Millionen von neuen Blutkörperchen bilden, weil sie einen viel höheren Sauerstoffbedarf hat und gleichzeitig das Kind mit genühen Eisen für seine Blutbildung versorgen muss. Auch hier ist es gerade am Anfang der Schwangerschaft sehr wichtig, dass die Frau eine genühen Eisenreserven hat, damit sie dann nicht zu einem späteren Zeitpunkt ein hochdosiertes Produkt nehmen muss, das häufig nicht so gut verträglich ist. Magnesium ist auch enorm wichtig, vor allem ab der zweiten Schwangerschaftshälfte. Wegen dem Knochenwachstum vom Ungeborenen könnte die werdende Mutter in einen Magnesiummangel kommen, weil das Kind sich nimmt, was es braucht. Magnesiummangel kann Krämpfe auslösen, zum Beispiel in der Waden, aber auch schlimmstenfalls in der Gebärmutter. Das heisst wehen, bevor das Kind parat ist. Eine werdende Mutter braucht auch etwa 50% mehr Zink. Das ist ziemlich schwierig, um über die Ernährung abzudecken. Zink ist an über 300 Stoffwechselvorgängen für Mutter und Kind beteiligt und kann die werdende Mutter vor Infekten schützen und das Risiko von einer Schwangerschaftsdiabetes reduzieren. Auch Jod braucht eine schwangere Frau über 25% mehr, weil einerseits ihre Schilddrüse mehr Hormone produziert und sie gleichzeitig mehr Jod über ihrer Urin ausscheiden. Bei den fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K ist es je nach Ernährung und Jahreszeit natürlich auch wichtig, dass die werdende Mutter gut versorgt ist, aber sie braucht nur Minim mehr als ohne Schwangerschaft. Die fettlöslichen Vitamine können nicht einfach ausgeschieden werden, darum ist es wichtig, diese zwar gut aufzufüllen, aber nicht überzudosieren. Wasserlösliche Vitamine sind alle B-Komplexe und Vitamin C, können wir alle nicht gut speichern. und auch nicht selber produzieren. Darum kann die Frau so viel wie möglich aus der Ernährung und mit einem gut abgestimmten und somit gut verträglichen Vitaminpräparat abdecken. Vitamin C ist wichtig für die Unterstützung des Immunsystems und auch für die Elastizität der Haut. Dazu ist es ein wichtiges Antioxidant. Der Körper braucht während der Schwangerschaft von diesen von dir erwähnten Mikronährstoffen also ziemlich viel mehr als sonst. Als erstes muss ich mir als Frau darum sicher Gedanken darüber machen, wie ich diesen Mehrbedarf über meine Ernährung decken kann. Hast du da Tipps? Muss die Schwangere zum Beispiel ihre Essgewohnheiten anpassen? Von was soll sie viel? Von was er nur wenige essen? Eine gesunde Ernährung beinhaltet möglichst viele unverarbeitete Lebensmittel. Das heisst Gemüse, Früchte, Herdöpfel möglichst saisongerecht und frisch selber zubereiten. Kohlenhydrate möglichst in Form von Vollkornprodukten geniessen und verarbeitete Kohlenhydrate wie Weissmehl, Zucker und Fertigprodukte meiden. Zucker und Weissmehl in der Ernährung können auch das Immunsystem schwächen und zum Beispiel eine Blasenentzündung oder einen Scheidenpilz begünstigen. In Schwangerschaft ist fast jede Frau sehr anfällig für Blasenentzündungen und Scheidenpilz. Darum empfehle ich auch gerne spätestens gegen Ende Schwangerschaft, dass die werdende Mutter eine Kur mit einem probiotischen Ergänzungsmittel mit gesunden Bakterien Stämme macht. Das schützt einerseits die Frau vor bakteriellen oder pilzverursachten Infektionen, die sogar eine Frühgeburt auslösen könnten. Und auch das Kind kann während der Geburt die wertvollen und gut aufgebauten Bakterien in Scheiden aufnehmen und hätte schon eine gute Ausgangslage, um seine Darmflora aufzubauen zu können. Grundsätzlich empfehle ich mir Kohlenhydrate lieber zurückhaltend sein. Auch weil die Grenzwerte für Schwangerschaftsdiabetes gegen Abentein angepasst wurden, ist es besser, wenig Kohlenhydrate zu essen. Damit man nicht plötzlich eine Schwangerschaftsdiabetes mit allen Ängsten und Abklärungen bis zur Ernährungsberatung über sich ergehen muss. Vollkornprodukte enthalten unter anderem auch viel Vitamin B und Ballaststoff, die dann auch wieder die Verdauung unterstützen. Bei Eiweiss darf die schwangere Frau dafür richtig zulängen. Ab der zweiten Schwangerschaftshälfte braucht eine Frau fast doppelt den Eiweiss als vor der Schwangerschaft. Darum erlebe ich recht häufig, dass eine Frau, die seit Jahren kein Fleisch mehr gegessen hat, plötzlich keine Lust auf Fleisch bekommt. Aber auch ohne Fleisch kann eine Frau ihre Bedürfnisse nach Eiweiss decken. Es ist einfacher, wenn sie auch Eier und Milchprodukte isst. Aber auch Bohnen, Küchenerbsen und Linsen sind zum Beispiel gute Eiweissquellen. Der Fettbedarf erhöht sich in Schwangerschaft zwar nicht, aber es ist enorm wichtig, dass die schwangere Frau gesunde Fette zu sich nimmt. Wichtig sind zum Beispiel Omega-3-Fettsäurinnen und ungesättigte Fettsäurinnen. Darum empfehle ich am liebsten, ein gutes, kaltpresstes Olivenöl zu brauchen. Auch Nüsse sind eine wertvolle pflanzliche Quelle für Omega-3-Fettsäurinnen oder auch fettreiche Fische, zum Beispiel Lachs. Die wertvollen Fettsäurinnen sind unter anderem wichtig für die Entwicklung des Hirns und den Augen des Kindes. Gut zum Wissen. Jetzt könnte man also sagen, gesund essen und alles ist gut. Aber manchmal reicht das ja dann doch nicht ganz, für einen Mehrbedarf zu decken. An was liegt das? Es ist einfach schon rein vom Volumen her fast nicht möglich, in Schwangerschaft alle Bedürfnisse an Mikronährstoffe nur über die Ernährung abzudecken. Einerseits haben wir zum Beispiel im Winter gar nicht die Möglichkeit, genug vitaminreiche Gemüse und Früchte zu finden, wo nicht viel zu früh sind geernt worden und für den Transport in die Schweiz konserviert worden. Dort hat es einfach nicht mehr viel wertvolle Sachen drin. Magnesium und Kalzium sind zum Beispiel sehr voluminöse Stoffe, wo die Frau dann so einen Haufen Käse oder Milchmüse zu sich nehmen. Auch würde es eine riesige Menge Vollkornbrot brauchen, um genug Vitamin B zu bekommen. Dass dann bei diesen grossen Mengen auch die Kalorienzahl viel zu hoch wäre und die Frau viel zu viel würde zunehmen, ist naheliegend. Dazu kommt, dass es nicht reicht zum Beispiel einfach ein Steak zu essen, und dann ist der Körper mit Eisen aufgefüllt. Unser Körper kann Eisen nur zusammen mit Vitamin C aufnehmen. Und so ist es mit sehr vielen Spurenelementen und Mikronährstoffen. Häufig ist der erste Zusammenspiel von diesen verschiedenen Zutaten, was es für den Körper möglich macht, alles zusammen aufzunehmen und in seine Stoffwechselprozesse einzubauen. Und in solchen Fällen würdest du sagen, kann es sinnvoll sein, ein ausgewogenes Nahrungsergänzungsmittel mit den wichtigsten Mikronährstoffen noch als Ergänzung dazuzunehmen? Aus meiner Sicht macht es Sinn, dass eine Frau ab dem Moment, wo sie planet, schwanger zu werden oder aufhört zu verhüten, schon mal ihre Ernährung überdenkt. Da die wenigsten Schwangerschaften wirklich planbar sind, sollte sie gleich auch ihre Vollsäurespeicher auffüllen und allenfalls auch schon ihre Isenspeicher. Dann, sobald sie schwanger ist, sicher ein ausgewogenes Mikronährstoffmittel, das möglichst natürlich ist, keine Aromastoffe, keine Konservierungsmittel und auch keine künstlichen Farbstoffe enthalten. Eine ausgewogenere Dosierung ist wichtig und es sollte gut verträglich sein. Der Körper einer schwangeren Frau ist sehr sensibel und das gehört ja auch zum sich auf das Mutterwerden vorbereitet dazu. Darum reagiert er auf Stoffe, die ihm nicht gut tun, respektive auf Stoffe, die ihm gut tun, recht ehrlich. Auch wenn etwas fehlt, zum Beispiel Magnesium, zeigt der Körper rasch mal unangenehme Zeichen. Zum Beispiel Wadenkrampen für Nacht und spätestens dann ist es Zeit auch noch ein gut verträgliches Magnesium, allenfalls kombiniert mit einem gut dosierten Kalzium und bestenfalls auch noch ein wertvolles Vitamin D. So kann das Kalzium besser aufgenommen werden, damit der Körper wieder zur Ruhe kommen kann und die Frau wieder besser schlafen kann. Und auf was soll die Frau bei der Wahl von so einem Präparat achten? Ich erlebe sehr oft, dass eine schwangere Frau selber merkt, was ihr gut tut und was nicht. Magenbrünnen, Übelkeit oder Erbrechen können ein Zeichen sein, dass die Frau etwas nicht gut verträgt, was sie zum Beispiel von Ärztin oder vom Arzt verschrieben hat. Wenn wir dann wechseln auf ein anderes Präparat, das eine komplette und aufeinander abgestimmte Mikronährstoffkombination enthält, geht es dieser Frau allermeistens sofort besser. Der Körper reagiert mit neuer Energie und ohne Verdauungsproblem auf das andere Präparat, das Inhaltsstoffe mit höchster Verwertbarkeit und Verträglichkeit enthält. Ich staune immer wieder, wie einfach es häufig sein kann, dass es einer schwangeren Frau einfach wieder gut geht. Und für die Frau selber ist es einfach schön, wieder fit und zweig zu sein. Herzlichen Dank, Lisa Maes, dass du dir Zeit genommen hast, hier mit mir über das Thema Nahrungsergänzungsmittel während der Schwangerschaft zu reden. Merci, Simon. Das ist sehr gerne geschehen und ich habe mich gefreut, mit dir hier über dieses wichtige Thema zu reden. Das war Lisa Maes, frei praktizierende Hebamme aus München-Buchsi. Die Lisa Maes hat es vorher erwähnt. Der Bedarf an diversen Mikronährstoffen in der Schwangerschaft ist im Vergleich zum Durchschnittsbedarf um 50 bis 100 Prozent höher. Es ist also häufig sinnvoll, noch ein Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen, selbst wenn man sich ausgewogen und gesund ernährt. Genügend Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente sowie Fett und Aminosäuren werden zuerst einmal für die Deckung des erhöhten Mikronährstoffbedarfs der Mutter gebraucht. Sie helfen aber auch bei der optimalen Entwicklung des Kindes und fördern einen positiven Schwangerschaftsverlauf. Verschiedene Produkte von Burgerstein sind eine gute Ergänzung zur Ernährung der werdenden Mutter. Das wäre zum Beispiel das Produkt Burgerstein Schwangerschaft und Stillzeit, das schon der Name des Produkts sagt, für wen es gedacht ist. Burgerstein Schwangerschaft und Stillzeit ist ein Ausgewogenungsbasispräparat. Es ist speziell auf Bedürfnisse von Schwangeren und Stillenden zugeschnitten und unterstützt eine optimale Entwicklung des Kindes. Die Burgerstein Schwangerschaft und Stillzeit enthalten 13 Vitamine sowie 10 Mineralstoffe und Spurenelemente in einer ausgewogenen und schonenden Formulierung. So zum Beispiel 600 Mikrogramm Vollsäure in der Form Quattrofolik. Ein zu tiefen Vollsäure-Spiegel bei schwangeren Frauen ist ein Risikofaktor für die Entstehung von Neuralrohr-Defekten beim wachsenden Embryo. Vollsäure spielt bei wichtigen Stoffwechselschritten in allen Zellen eine zentrale Rolle und wird dabei im sogenannten Vollsäure-Kreislauf in verschiedene Vollsäureformen umgewandelt. Durch Quattrofolik wird der Darmzelle die Vollsäure in eine Form geliefert, die die Darmzellen gut aufnehmen können und ohne weitere Veränderung ins Blut abgeben, damit sie dort den weiteren Körperzellen direkt zur Verfügung stehen. Noch ein wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Vollsäure. Frauen im gebärfähigen Alter sollten ergänzende Vollsäure mindestens über einen Zeitraum von einem Monat vor bis zu drei Monaten nach der Empfängnis einnehmen, damit eine positive Wirkung erzielt werden kann. Organisches Eisen Organisches Eisen trägt zu einer normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin-Bermut dabei. Die Menge Eisen in Burgenstein-Schwangerschaft und Stillzeit entspricht der exakt richtigen Dosierung gemäss aktuellem Wissensstand. B-Vitamine Viele B-Vitamine tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Vitamin C ist ein wichtiges Antioxidant und dreht zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und zur Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut. Jod – ein wichtiges Spurenelement. Während der Schwangerschaft ist der Bedarf an Jod 25% höher als normal. Ein Jodmangel während der Schwangerschaft erhöht das Risiko für neurologische Entwicklungsstörungen. Die Burgenstein-Schwangerschaft und Stillzeit orientiert sich bezüglich der Zusammensetzung an den Empfehlungen vom Bundesamt für Gesundheit BAG und an den Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr bei Schwangeren und Stillenden von Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung. Die Burgenstein-Schwangerschaft und Stillzeit ist aufgrund der ausgewogenen Dosierung und der sorgfältigen Auswahl der Rohstoffe sehr gut verträglich. Es enthalten keine Aromastoffe, keine Konservierungsmittel und auch keine künstlichen Farbstoffe und es kann vor, während und nach der Schwangerschaft regelmässig eingenommen werden. Pro Tag nimmt man zwei Tabletten Burgenstein-Schwangerschaft und Stillzeit mit ein bisschen Flüssigkeit ein. Burgenstein-Tolomid Plus Burgenstein-Tolomid Plus liefert Mineralstoffe und Vitamin D3 für eine gesunde Entwicklung der Knochen beim Kind. Burgenstein-Tolomid Plus enthalten Kalzium und Magnesium in Form von besonders gut verwertbaren Verbindungen. Die Zufuhr dieser Mikronährstoffe ist insbesondere ab dem zweiten Trimester der Schwangerschaft sehr wichtig, weil ab diesem Zeitpunkt das Wachstum von Knochen und Muskeln beim Kind massiv zunimmt. Der Körper wird mit Tolomid Plus optimal mit diesen beiden wichtigen Mineralstoffen versorgt. Der Zusatz von Vitamin D3 verbessert die Aufnahme von Kalzium und dreht zur Erhaltung von gesunden Knochen bei. Pro Tag nimmt man bis zu vier Tabletten Tolomid Plus mit ein bisschen Flüssigkeit ein. Hier ist auch noch gut zu wissen, dass ideale Vitamin D3-Werte in der Schwangerschaft sehr wichtig sind. Es ist sinnvoll, sich den Serumwert von Vitamin D3 im Blut zu bestimmen und je nach gemessenem Wert zusätzlich noch Vitamin D3 zu supplementieren, auch wenn schon ein Multivitaminpräparat mit Vitamin D3 eingenommen wird. Da kann zum Beispiel der Burgenstein Vitamin D3-800-I-E-Spray eine gute Möglichkeit sein, für den Körper noch zusätzlich Vitamin D3 zuzuführen. Burgenstein Omega-3-DHA Die Burgenstein Omega-3-DHA hatselt zur Deckung des erhöhten Bedarfs an ungesättigten Fettsäuren. Die Fettsäure DHA ist wichtig für die Entwicklung des Hirns beim Fötus und beim Säugling. Und sie ist ein wichtiger Bestandteil der Sehzellen in der Netzhaut und dreht zur normalen Entwicklung der Augen beim Fötus und beim gestillten Säugling bei. Die Burgenstein Omega-3-DHA ist ein reines Fischölpräparat mit einem besonders hohen Anteil an wertvollen Omega-3-Fettsäuren DHA. Dank der hohen Konzentration an DHA lehnen zwei Kapseln pro Tag, damit der erhöhte Bedarf deckt werden kann. Wichtig zum Wissen, die positive Wirkung von DHA tritt ein, wenn zusätzlich zu der empfohlenen Tagesdosis an Omega-3-Fettsäuren für Erwachsene, d.h. konkret 250 mg DHA und EPA täglich, noch weitere 200 mg DHA dazu eingenommen werden. Übrigens, für Menschen, die nicht gerne Kapseln schlucken, gibt es das Burgenstein Omega-3-Liquid. Ein ausgewogenes Omega-3-Präparat mit den Fettsäuren DHA und EPA, das nicht wie Fischöl riecht, sondern ein feines Orangenaroma hat. Jetzt haben wir die ganze Zeit von schwangeren Frauen gesprochen und darum finde ich, hat hier auch der werdende Papi jetzt noch eine Erwähnung verdient. Auch bei ihm ist es nämlich wesentlich, dass seine Mikronährstoffspeicher aufgefüllt sind. Vollsäure, Zink, Vitamin C etc. sind nämlich wichtig für gesungene und mobile Spermien. Wenn also ein Paar ein Kind planen, dann darf der Mann unschiniert auch die Burgenstein-Schwangerschaft und Stillzeit nehmen, zusammen mit seiner Frau. Oder auch das Produkt Burgenstein Multivitamin Mineral Cela ist eine gute Wahl für eine zukünftige Papi. So, das war unser erster Ebifarn Hebammen-Podcast. Ich hoffe, ihr habt viel Wissenswertes über Pro- und Kontra-Nahrungsergänzungsmittel in der Schwangerschaft erfahren. Ich wünsche allen schwangeren Frauen eine entspannte und erfüllte Schwangerschaft. Bis zum nächsten Ebifarn Hebammen-Podcast. Euer Begleiterin im Ohr, Simon Walter-Bühl. Dies sind Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Der Ebifarn Hebammen-Podcast. Rä unlocked. Rämer��에 garantiert, dass wir auch 22 Jahre alt sind. Die Ersatz Nou DIS春em